Willkommen zu den Vivi News, der nächste DreamWorks NFT Drop steht vor der Haustür. Außerdem schauen wir uns die Drop Details an für den bevorstehenden Star Wars NFT Drop bzw. den Star Wars Comic NFT Drop und wir schauen uns auf jeden Fall an, wann der nächste Livestream stattfindet. Und wir schauen uns auf jeden Fall einen Trick an, wie du da draußen Comics in der Vivi App trotzdem finden kannst, egal von welcher Rarität, das und sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, du da draußen definitiv nicht verpassen solltest, deswegen auf jeden Fall den Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, dann verpasst du definitiv kein neues Video mehr und jetzt würde ich aber sagen, starten wir auch direkt rein ins Video. Und starten tun wir natürlich mit dem nächsten Drop und der nächste Drop wird nämlich tatsächlich schon am Samstag sein und zwar um 17 Uhr deutscher Zeit und sehen tun wir hier Trollhunters, in dem Fall eine Animationsserie von DreamWorks. Wir werden hier insgesamt fünf Collectibles sehen, im Blindbox-Format natürlich wie immer. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze ankommen wird. Ich gehe aber davon aus, dass es tatsächlich nicht allzu gut performen wird. Die Serie ist, glaube ich, eher so ein bisschen für Kinder gemacht und dementsprechend, ja, ist das tatsächlich, glaube ich, momentan etwas, was definitiv nicht ausverkauft sein wird. Droppreis gehe ich auf jeden Fall so aus, wir werden wahrscheinlich 30 bis 50 Gems sehen. Ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Star Wars Comic Drop an und das ist nämlich Star Wars Villains Darth Maul Hashtag 1. Ich persönlich finde das auf jeden Fall sehr cool. Darth Maul ist definitiv ein Part in der Star Wars History, den man definitiv nicht auslassen sollte. Das Ganze sehen wir hier am Freitag, dem 3. März um 17 Uhr deutscher Zeit, natürlich wie immer. Das Ganze werden wir einmal mit diesen Covern hier sehen. Ich persönlich finde hier die Secretare sehr ansprechend. Was die Dropdetails angeht, sind wir hier natürlich wieder bei den alten Daten. 7 Gems pro Blindbox und wir werden hier auch wieder eine Editionzahl von 10.000 Stück haben. Also wie immer im Prinzip. Die Daten von GoCollect sind auch nicht gerade allzu viel versprechend, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Ja, dann sehen wir hier 9.6 für gerade einmal 55 Dollar ist nun mal einmal nicht so viel. Wenn man halt aber auch berücksichtigt, dass das Ganze aus erst 2017 ist, dann ist das auf jeden Fall relativ normal. Und ja, ist auf jeden Fall ein Comic, was man mögen muss, um es zu sammeln. Und wenn ich jetzt hier schon deine Aufmerksamkeit habe, der nächste Livestream steht an und das nämlich schon morgen beziehungsweise heute. Ich lade das Video nämlich, beziehungsweise nehme das Video an dieser Stelle am Mittwochabend auf. Dementsprechend aber am Donnerstag um 20.30 Uhr deutscher Zeit werde ich wieder live sein. Und das zusammen mit einem Comic-Experten und zwar mit dem guten Enrico aus der Community. Dort könnt ihr natürlich Enrico auch Fragen stellen. Wir werden aber natürlich auch einiges an Themen mitbringen. Deswegen, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du da am Start bist. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns aber auf jeden Fall die nächsten Themen an. Und das nächste, was wir behandeln werden, ist ein kleiner Tipp für all diejenigen, die immer noch Probleme haben, hier Comics zu finden in der Search Bar. Und ja, dafür gibt es tatsächlich einen Trick, der ist ein bisschen aufwendiger und funktioniert auch nur so halb, sage ich jetzt mal so. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Variante. Grüße gehen raus auf jeden Fall an Lars Mint, der das Ganze mit uns geteilt hat. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Hier an dieser Stelle, wir gehen jetzt hier im Prinzip ganz normal in die App rein. Und dann gehen wir hier oben auf das Suchzeichen. Geben hier zum Beispiel X-Man an dieser Stelle ein. Und dann suchen wir das Ganze natürlich ganz normal. Und dann gehen wir hier einfach auf ein Comic bei Results in the Market. Gehen dann hier drauf. Und dann gehen wir hier oben auf dieses Zeichen. Und so ziehen wir uns das Ganze nach Listing Date. So, und dann bekommen wir nämlich hier alle Comics vorgeschlagen, die gerade gelistet wurden. Das einzige Problem ist, man sieht tatsächlich erst die Rarität, wenn man drauf geht. Also es ist so eine halbe Sache, wenn man so möchte, ehrlich gesagt. Ist an dieser Stelle tatsächlich momentan jedenfalls der einzigste Weg, wie man überhaupt hier zu den Comics kommen kann. In der Search bei jedenfalls, um es wirklich ein bisschen einfacher zu haben. Aber nichtsdestotrotz wollte ich das auf jeden Fall mal mit euch geteilt haben. Anschließend kommen wir noch auf den Monat März zu sprechen. Und ja, wahrscheinlich den 30 Jobs, die da manche Leute da rein interpretiert haben. Da hat Alex G jetzt ein bisschen aufgeräumt, beziehungsweise so ein bisschen an Spekulationen hier rausgenommen. Und zwar schreibt er nämlich hier auf die Kommentare, dass es tatsächlich auch 30 Jobs in dem Monat geben soll. Dass es hier nicht 30 Jobs sein werden in the road. Es wird sehr, sehr viel werden, schreibt er hier. But 30 in a row is not accurate. Also 30 am Stück sind einfach auch zu viel. Dementsprechend, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir vielleicht 2-3 Comics sehen werden. Und der Rest wird halt Collectibles sein. Also 2-3 Collectibles pro Woche. Und ich bin aber auf jeden Fall trotzdem gespannt, was wir noch so alles sehen werden. Schreib mir gerne in die Kommentare, falls du irgendwelche Spekulationen hast. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit den kurzen Vivi-News, die du da draußen wissen solltest. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich riesig bei dir fürs Zusehen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Morgenwetter. Bis dann, dein Captain. Ciao, ciao.